Bei 144 Kilo, da muss sich natürlich was ändern. Ich konnte zum Beispiel meine Beine nicht übereinander schlagen. Ich konnte, wenn ich die Treppen gestiegen bin, da habe ich ja dann nach einem Stockwerker Sauerstoffzelt gebraucht, ganz viele Sachen oder einkaufen zu gehen, auch nur noch Klamotten zu kaufen, die passen, nicht was dir gefällt, sondern ich habe Säcke mir halt gekauft und ich sage, okay, habt euch ja was zum Anziehen. Das waren sehr viele und der gesundheitliche Aspekt, die ganze Lebensqualität. Ich habe gesagt, wenn ich so weitermache, dann erlebe ich meine Rente nicht.